Bitte geben Sie die Geheimzahl ein. Bitte geben Sie den gewünschten Betrag ein. 1,5 Liter. Auszahlung nicht möglich. Blut gibt es nicht am Automaten. Am 2. September ist DRK Blutspendetag in der Sparkasse Mühlheim, Berliner Platz. Von 9 bis 18 Uhr. 2. September, 9 bis 18 Uhr. Sparkasse Mühlheim. Mehr als eine Bank.